Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 5. September. Ich kränkele leider ein wenig, deswegen wird es heute eine kleine und kurze Episode. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Heute dabei Amazon Go, Skype und Google Chrome. Beginnt mal mit Amazon Go. Amazon Go, das sind die Läden von Amazon, wo man reingeht, was aus dem Regal nimmt und rausgibt und alles andere passiert automatisch, sprich die Abrechnung. Dort wird jetzt der letzte, was heißt der letzte, also der neueste Laden eröffnet. Mittlerweile sind da schon drei Läden in Seattle und das ist jetzt absolut der größte, den sie bisher aufgemacht haben. Der hat 2.100 Square Foot und ja, der erste war 1.450, der zweite 1.800 und der ist jetzt nochmal eine Nummer größer. Nächstes Thema, Skype. Skype hat endlich in einem Updaten-Feature eingeführt, was schon lange erwartet wurde und bzw. die Nutzer es gerne gehabt hätten. Und zwar sind das Aufnahmen von Gesprächen. Nun kann man also entsprechend einen Skype-Call durchführen und ganz einfach das Gespräch aufnehmen. Alle Teilnehmer werden benachrichtigt mit einem Balken, dass das Gespräch aufgenommen wird. Und das Feature ist mobil und am Desktop verfügbar in allen Versionen außer auf Windows 10. Da wird es wohl nachgeliefert. Und zu guter Letzt heute, Google Chrome wird 10 Jahre alt. Tja, hätte ich nicht gedacht, jetzt kürzer eingeschätzt und zum 10-jährigen Jubiläum gibt es auch wieder logischerweise ein Update. Das kommt ja alle paar Wochen und das Update hat ein komplett neues Design. Und ja, Google kann so frisch in die nächsten 10 Jahre starten. Ja, und das war es dann auch schon für heute. Wie gesagt, kurz und knapp. Ich hoffe, morgen bin ich wieder fit und kann euch ein paar mehr News präsentieren. Kommt ihr jedenfalls gut in den Tag und bis morgen. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.